Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, euer Abführmittel für die Ohren. Letzte Woche hatten wir die große Reveal-Folge, das heißt wir haben nach acht Jahren unsere Masken abgenommen und diese Woche dachten wir, wir machen mal so eine kleine Zeitreise, weil es gibt immer noch Leute, die fangen bei der ersten Folge an und kämpfen sich durch die 400 Folgen. Und wenn wir das machen würden, dann würde es uns auf jeden Fall sehr, sehr peinlich sein. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, kennst du das, wenn du das erste Mal eine Frau zu Hause hast und dann kommt deine Mutter an und sagt, ich habe so niedliche Kinderfotos. Du denkst schon, bitte nicht Mama, bitte nicht. Doch, 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 sie wird eh alles von dir kennenlernen. Wird sie vielleicht nicht und vielleicht nicht irgendwie das erste Mal, wenn sie bei uns ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde ich mir alte Partyfotos von mir angucken, wo man so betrunken irgendwie per Schnappschuss erwischt wurde. Du musst einfach nur bei Instagram ganz nach unten scrollen und da kriegst du schon so. Ja, für jemanden, der einen Instagram-Kanal hat, geht das vielleicht. Du bist ins Museum. Du hast keinen Instagram-Kanal. Doch, aber der ist, naja. Ja, das ist ein Stalker-Kanal, ne? Ne, ich habe auch einen richtigen, aber der hat, glaube ich, drei Follower. Wirklich? Mhm. Und wie viel hat dein Stalker-Kanal? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Stalker-Kanal. Du hast einen 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 Stalker-Kanal, das ist ein Recherche-Kanal und der ist dazu da, wissige Kommentare bei Leuten zu da lassen, die mich aufregen. Du bist offiziell ein Internet-Troll. Ja, vielleicht das auch, ja. Die Seite kannte ich von dir noch gar nicht. Was für ein ekliger Mensch. Du bist ein Internet-Troll, oder? Nein, nicht wirklich. Doch, wissige Kommentare. Wenn ich etwas bin, was mit Internet zu tun hat, ich bin ein Locke-Guide. Ich bin Google-Locke-Guide. Jemand, der Sachen bewertet, wo er gegessen hat? Ja, genau. Warum? Ja, weil es wichtig ist, dass wenn man gut gegessen hat und das Restaurant gut war, eine positive Kritik für andere hinterlässt. Und genauso umgekehrt. Und ich freue mich immer darüber, wenn ich weiß, jemand war gerade da und beschreibt es als... Ein Kollege eigentlich. Ja, wir sind Kollegen. Wir nennen uns auch Loki, Locals nennen wir uns, ja Lokis. Wir sind eine Community. Okay, ich fasse zusammen. Du spielst diese Strategie-Brettspiele in der Fantasie. Du bist Local Guide. Wollen wir es noch richtig peinlich machen? Und du bist ein Internet-Troll? Ja. Und was noch? Also wenn du jetzt schon so anfängst, mich auszuziehen, weißt du, was ich gerade überlege? Ja, bitte. Ob ich anfange, ob ich mal auf einen LARP gehe. Weißt du, was es ist? Was ist es? LARP. Was ist LARP? Das ist ein Live-Action-Rollplayer, wo du dich verkleidest und als Gritter oder so. Und mit anderen zusammen da in deine Rolle schlüpst und auch aus der Rolle nicht mehr raus darfst. Oh Gott. Du musst also, wenn du das spielst, einfach in die Ecken pissen? Nein. Weil das war ja in der Zeit so. Ja, ich glaube, es gibt da Dixi-Klos. Aber ansonsten musst du... Das ist ja gar nicht so LARP. Nee, das ist überhaupt nicht LARP. Ey, wenn du das machst, würde ich dich gern begleiten mit der Kamera, weil dann mache ich mein erstes eigenes YouTube-Video, so ein Follow-me-around mit dir dann. Machst du wirklich? Ja, wenn du auf so eine LARP, heißt das Party oder Veranstaltung? Veranstaltung kann man es nennen, ja. Wenn du in so einem Ritterkostüm bist, du könntest ja auch ein Hofzofe sein. Ich könnte auch eine Prinzessin sein. Ich glaube, da ist alles erlaubt. Ja, dann mach das doch. Du könntest meine Hofdame sein. Man, du könntest meine Konkubine, könntest du sein. Ich komm mit, okay. Gut. Jetzt haben wir Peinlichkeiten aus dem Hier und Jetzt aufgeschlüsselt. Jetzt geht es darum, mal in die Vergangenheit zu reisen. Vor acht Jahren haben wir das erste Mal zusammen das Mikrofon angemacht. Damals illegal in einem Radiostudio. Sehr, sehr spät abends, wenn keiner mehr da war. Ja. Und haben die erste Folge aufgezeichnet. Und ich glaube, das, wonach wir gestrebt haben und was du vielleicht mittlerweile gefunden hast für dich. Ich für mich? Ja, und wo ich noch auf der Suche bin, ist die Traumfrau. Das war unsere allererste Folge. Und wir hören einfach mal rein. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen bzw. Frauen mit Humor. Beides ein Oxmo. Hey, ganz kurz. Wie hab ich da geredet? Also, war ich betrunken? Du hast Moderator-Sprech drauf. Ja, ne, da legen wir mal los. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen bzw. Frauen mit Humor. Beides ein Oxymoron. Hab ich irgendwann mal in der Schule gelernt, aber ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Ihr werdet es gleich hören. Das ist ein ultrasexueller Podcast. Ultrasexueller Podcast. Oh, ich höre mich gut an. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sex zählt immer, sagt man noch. Das heißt, damit lockt man erstmal die Leute. Das ist so wie ein Werbeplakat mit einer Frau mit einer Nackten. Da guckt man auch hin. Oder ein Unfall. Vor allem du haust dir ein nach dem anderen raus. Du weißt, wohin die Reise geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so peinlich, wenn man das hört. So fucking peinlich, wenn ich das höre. Ich habe schon damals mich geschickt als der Zuhörer entgetarnt und dich einfach machen lassen. Du wurdest dafür aber richtig ausgenommen von mir. Ich habe dir 1100 Fragen gestellt. Stimmt, ja. Ich war eigentlich das Opfer. Das hat eine ganz klare Täter-Opfer-Dynamik. Ja, und ich meine, wer fragt, ist König. Und da muss man eigentlich auch nicht so viel von sich selber erzählen. Das heißt, ich habe dich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans mit meinen Fragen damals. Das ist die erste Folge. Traumfrau heißt sie. Und die Frage ist, sind wir das noch, was damals entstanden ist. Und ja, heute ist es mir unangenehm und peinlich. Aber auf einer anderen Ebene denke ich, auch das war mal ein Teil von mir. Und das ist auch okay. Das nehme ich an. Also ich kann heute sagen, dass es mir überhaupt nicht mehr schwerfällt, mich da selber zu hören. Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest oder auch vier oder fünf, habe ich mich extrem schwer getan, meine eigene Stimme dort zu hören und auch eigene Folgen nochmal nachzuhören. Und jetzt fühlt es sich gar nicht mehr so unangenehm an. Ich hoffe immer nur, wenn jemand mit besten Freundinnen anfängt, dass er nicht bei der ersten Folge einsteigt. Dass er wirklich sagt... Folge 237 ist die Erfolg. Ja, oder Folgen, auf die wir heute noch kommen. Aber nicht diese erste Folge. Weil die erste Folge ist nicht mehr repräsentativ für das, was wir heute machen. Aber am Ende ist unser Podcast auch wie ein Tagebuch, eine Reise von uns. Und in diesem Tagebuch stehen einfach manchmal Einträge, die ich heute nicht mehr so eintragen würde. Aber sie sind da trotzdem drin und das ist auch okay. Ja. Haben wir uns weiterentwickelt? Ich hoffe. Und hast du deine Traumfrau gefunden? Das habe ich damals schon beantwortet. Ich glaube, wir haben es jetzt nicht zu Ende gehört, aber ich glaube, ich habe damals das auch schon gesagt. Und ja, meine Traumfrau habe ich gefunden. Wirklich? Mhm. Also so, wie du sie dir erträumt hättest oder doch ganz anders? Also, ich meine, dazu müsste ich mich zurückerinnern, auch an den Moment, wo ich sie das erste Mal kennengelernt habe. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich sie gesehen habe und nicht kennengelernt, dachte ich so, allein optisch, wow, genau so stelle ich mir meine Traumfrau vor. Also das war so der erste Moment. Dann war sie ja vergeben leider. Und ich musste sofort das erst mal abhaken. Ich habe einen Tag Lack an ihr rumgegraben, um dann am Ende zu... Wie hast du das gemacht damals? Ihr wart ja zusammen in dieser Kinderbetreuung, ne? Genau. Nee, sie war da noch nicht in der Kinderbetreuung. Sie war einfach nur im Fitnessstudio und hat dort trainiert. Aber sie wollte dort anfangen, genau. Und ich hatte... Also so, ich kann dir helfen. Genau, ich kann dir hier eine Tür öffnen. Genau, und sie war aber trotzdem da, um das mal kennenzulernen, wie das dort funktioniert. Und dann habe ich sie dort eingewiesen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber hast du so am Lattzug dann von hinten gestanden? Nein, ich habe sie beim Training eingewiesen. Ich habe sie in die Kinderbetreuung eingewiesen. Also wie das funktioniert. Aber da hast du ja eigentlich schon den Weg zementiert für eure spätere Elternschaft. Stimmt, ja. So unterbewusst eingepflanzt. Ich kann auch gut mit Kindern, by the way. Das muss sie ja denken. Den Samen hast du da eingepflanzt, safe. Ob sie das weiß oder nicht. Das ist so das Beste, was du machen kannst. Und ich weiß noch, dass ich da einen bestimmten drei, vier Stunden lang rumhantiert habe und mich da auch versucht habe, von meiner besten Seite zu zeigen und super lustig und haha. Und immer ein Grinsender auf den Lippen. Das muss ja schwer gefallen sein. Und dann am Ende zu sagen, als sie gehen wollte, meinte sie, hey, ich habe auch gleich Schluss, wollen wir ja zusammen gehen. Und wir sind dann zusammen. Und meinte sie, ja, warum nicht? Und wir sind dann zusammengegangen, in den Fahrstuhl runtergefahren. Und ich dachte so, jetzt kommt meine Chance. Und habe sie gefragt, glaube ich, ob wir mal was trinken gehen wollen oder so. Und sie meinte, na, leider geht es nicht. Ich bin vergeben. Und ich so, what the fuck? Und ich so, dein fucking Ernst. Ey, hast du mich hier so sechs Stunden am Stück in die offene Klinge rennen lassen? Also, wann wäre der Zeitpunkt, wo man sagt, du, sorry, ich bin vergeben? Ja, das wusste sie ja. Also, ich meine, ich war einfach nett und höflich und es war ein beruflicher Kontext. Es war ja nicht so, dass sie, also vielleicht hat sie gemerkt zwischen den Zeilen. Natürlich hat sie das gemerkt. Ja, aber. Und auch genossen. Vielleicht auch das, ja. Aber wann ist der Zeitpunkt, dass man eigentlich sagt, hey, Moment mal, du kannst den Gang runterschalten. Ich bin vergeben. Also, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Nachhinein vorwürfen würde. Doch, das ist alles sie beschuldigt. Weil sie ist ja ein bisschen auch so, also, wenn ich mich so zurückerinnere und mich in sie hineinversetze, es muss auch irgendwie für sie amüsant gewesen sein, wie ich da um sie rumgehampelt bin und vielleicht auch ganz angenehm. Von daher, ich hätte es auch nicht gesagt. Ich hätte das immer genossen. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt so konkret geworden wäre wie damals. Übrigens, hier scheiden sich unsere, Wege am Fahrstuhl, weil mein Freund darf nicht wissen, dass ich sechs Stunden lang in die Sackgasse. Ja, das war ja nicht so eindeutig. Es wurde ja wirklich erst dann eindeutig. Und ich glaube, man kann sich da gut rausreden mit dem Satz. Ja, okay. Und wir haben uns ja dann Jahre später kennengelernt. Und auch da war der erste Moment wieder, dass ich sie zwar nicht wiedererkannt habe, also ich habe sie erkannt, aber ich wusste nicht, ich konnte sie nicht zuordnen. Weil so viele schon in der Zwischenzeit kamen. Ja, es ist einfach so viel passiert und natürlich tausend von Frauen. Und bin dann aber auf sie zugegangen und sie auch auf mich. Und dann, als wir geredet haben, hat es damals wieder Klick gemacht. Und auch da dachte ich wieder... Du bist es. Bei dir bin ich doch damals in die Sackgasse gerannt. Nee, und dann kam der Moment vom ersten Kennenlernen wieder auf, wo ich dachte, hey, damals war das doch schon so ein Gefühl. Und auch optisch hat es mir auch weiterhin gut gefallen. Ich meine, es war jetzt auch nicht so lange dazwischen. Und von daher, ja, doch, sie ist meine Traumfrau. Und auch heute natürlich haben wir auch Zeiten und Phasen gehabt. Und auch gibt es natürlich, wir sind jetzt, glaube ich, elf Jahre zusammen. Und da gab es natürlich auch immer Momente, wo man vielleicht denkt, oh, ey, passen wir? Also gerade am Anfang wirklich zusammen. Aber ich muss sagen, aus allen Krisen, die wir auch hatten, sind wir so gut durchgegangen. Und auch alles, was läuft, einfach alles so positiv, dass ich, ja, ich bin einfach richtig glücklich. Und darum geht es ja am Ende, oder? Glücklich zu sein in der Partnerschaft. Geht immer um Gefühle. Also wenn du irgendwie was aufschlüsselst in der Psychologie, egal wo, es geht immer um das Gefühl. Am Ende geht es immer darum. Die Frage ist auch, wenn wir so an die Traumpartner denken, wir haben ja manchmal so ein Idealbild im Kopf. Kann es das überhaupt geben in der Realität? Oder sind unsere Erwartungen dafür gemacht, durch das Leben angepasst zu werden? Und dazu haben wir auch eine Folge gemacht, nämlich, ob wir zu harte Erwartungen haben an unseren Traumpartner, Traumpartnerin. Darum, man erwartet immer von der, dass sie die perfekte Person ist. Aber wenn man sich selber betrachtet und über den Verlauf der Zeit, ich habe manchmal auch keinen Bock mit mir selber abzuhängen. Aber gedrungenermaßen, also werde ich dazu genötigt, weil ich nun mal in meinem eigenen Körper stecke. Und darum weiß ich auch nicht, ob man mit zu harten Kriterien an seine Traumfrau geht. Ja, genau das, ne? Du hast wirklich weise Worte damals gesprochen. Vor allem falsche Worte. Gedrungenermaßen. Hast du gedrungenermaßen? Ja, ist dir gar nicht aufgefallen. Nein, das sind die auch. Ich hasse es, wenn ich mich verspreche. Aber es ist mir auch mittlerweile egal, weil wenn ich darauf achten würde, würde ich mich mehr versprechen. Aber so eine Wortverdreher, oh Gott, gar nicht meins. Du, wir haben ja auch ganz viele Folgen über Verhütungsmittel gemacht, ne? Ja. und haben geguckt, ist die Pille das beste Verhütungsmittel? Wir als zwei weiße Männer haben uns natürlich über die Verhütung der Frauen Gedanken gemacht. Ja, das sollten mehr Männer tun. Und darum haben wir es auch gemacht. Genau. Also weil die meisten Männer immer noch lassen das bei der Frau. Was? Du nimmst nicht die Pille? Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Oder die Spirale oder ein Hormonring oder was auch immer. Aber das beste Verhütungsmittel ist immer noch eins. Ich bin gespannt. Weißt du, was das ist? Ah, nee. Das ist wirklich allerbeste Verhütungsmittel? Kennst du Menschen, die Liegefahrräder fahren? Diese Dinger, die immer an einem vorbeirauschen und da sitzt immer ein grinsender Mensch drauf. Ich hab nicht gefragt, wer diese Dinger fährt. Willst du dir eins kaufen oder was? Nein, natürlich nicht. Würde aber zu dir passen. Nein, auf gar keinen Fall. Dein Wimps mobil. Bring mich mit. Stell dir mal vor, du wärst aufs erste Date mit so einem Liegefahrrad. Steig auf. Ich glaub, das ist eigentlich schon alles vorbei, oder? Ey, da musst du wirklich deine Traumpartnerin finden, wenn sie das toleriert, dass du zum ersten Date mit dem Liegefahrrad kommst. Ich stell mir das auch echt schwierig vor, wenn man dann so Ausflüge macht zu zweit mit diesen fetten Liegefahrrädern, wo man... Gar kein Problem. Nein? Nein, nein. Hast du dir mittlerweile eins gekauft? Nein, noch nicht. Aber ich würde schon gerne mal eins Probe fahren. Bist du noch nicht mal eins Probe gefahren? Noch nie. Wir urteilen hier immer über eine Sache, die wir gar nicht so wirklich kennen, aber Liegefahrräder, das beste Verhütungsmittel der Welt. Ja, wir haben natürlich auch viel über Beziehungen geredet in den letzten acht Jahren. Da sagst du was. Puh. Das ist wirklich eigentlich so der rote Faden, weil wenn man guckt, worum es im Leben eigentlich geht, wenn man so alles wegnimmt, so runter auf die Knochen, geht es um Beziehung. Und wenn du auch guckst, was wirklich für Lebenszufriedenheit sorgt, wenn du die psychologische Forschung dir anguckst, dann ist es Beziehung. Ja. Also wer am Ende erfüllte, tiefe, ehrliche Beziehungen auf Augenhöhe führt, wird auf jeden Fall glücklicher sein als jemand, der nicht in Beziehung ist. Darum müsstest du statistisch gesehen auf Partnerschaftsebene viel, viel glücklicher sein als ich. Bin ich's? Nicht? Also du führst wenigstens eine Beziehung? Ja. Bist du glücklicher als ich? Ich meine, das kannst du gar nicht beantworten. Nee, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Du wirkst auf mich auf jeden Fall nicht wie ein unglücklicher Mensch. Nee, und ich frage mich auch immer, in unserer Gesellschaft ist so Beziehung das erstrebenswerte Modell. Und hey, du hast keinen Partner, du musst dir mal bitte einen Partner suchen. Das ist ja nur ein Übergangszustand, Solo zu sein. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich ein Übergangszustand oder darf das auch ein Ist-Zustand sein? Du lebst es ja gerade. also ich frage mich das und ich habe damit gar kein Problem. Und trotzdem... Glaubst du, ist es für Männer einfacher, in dieser Situation zu sein? Also ich stelle mir... Wegen gesellschaftlichen Anforderungen oder was? Ich hatte... Also es gab einen guten Freund von mir, der die Schwester seiner Frau, die war öfter auch auf den Geburtstagsveranstaltungen und irgendwelchen Partys und die hatte nie einen Partner. Und da haben alle sich immer gefragt und ich habe mich auch gesagt, warum ist es eigentlich bei ihr so, wenn du zum Beispiel da ankamst, hat keiner gefragt, warum hat eigentlich Jakob keine Partnerin. Aber bei ihr war es immer so, hat die immer noch keinen Freund? Ist die schon wieder alleine da? Wird ja langsam Zeit. Bei mir hat einfach niemand mehr gefragt, weil sie es aufgegeben haben. Ich weiß es nicht und ich habe mich schon gefragt, warum kommt es bei ihr als Frau so extrem auf und bei dir als Mann wird da ganz im Gegenteil, es wird sogar, hm, der ewige Junggeselle. Oh mein Gott. Ja, war eher so ein, schon so mit breiter Brust und schon ein bisschen schade. Warum nicht? Vielleicht war es ja auch ihre eigene Entscheidung. Warum nicht? Total. Und für mich ist eine Sache, sich anzugucken, will ich das noch? Also will ich einfach Single sein und ist das cool oder will ich wirklich in einer Partnerschaft sein, so wie du sie lebst, so ganz vertraut, monogam, one and only. Hast du keine Antwort darauf? Ich bin so krass im Zwiespalt, ich kann es dir immer noch nicht so 100% sagen. Also jetzt könnte man sagen, hey, bin ich in der Entwicklung stehen geblieben, ja oder nein? Aber ich würde sagen, was ich auf jeden Fall heute besser weiß als damals ist, warum ich mir ganz oft Frauen ausgesucht habe, mit denen die Themen entstanden sind, die entstanden sind, weil ich nie wirklich eine Partnerin gesucht habe, sondern eine Frau, wo ich meine Kindheitserfahrung wieder erleben kann. Ich habe, wenn ich mit einer Frau in Beziehung war, oft eine Frau mir gesucht, die nicht so 100% zu mir steht. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür auch, dass sich der Podcast immer entwickelt in die eine oder andere Richtung, weil du hast vor einem halben Jahr immer sehr stark auch formuliert, wie sehr du dir eine erfüllte Partnerschaft zu einer Frau wünschst. Und jetzt gerade sagst du, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und das zeigt ja auch nochmal, finde ich, dass der Lebensumstand auch, also wir leben in der Gegenwart, dass es sich auch immer wieder verändern kann. Darf. Und auch vielleicht darf und vielleicht auch sogar muss. Ja und so wie ich heute hier sitze, jetzt in diesem Moment bin ich happy. Ich bin glücklich mit meinem Berufsleben, ich bin glücklich mit meinem Freund, mit meiner Familie und auch Beziehungen, die ich lebe. Ja. Also, aber trotzdem, wenn du mal so alles Fleisch runternehmen würdest, von meinen Knochen, gibt es schon die Momente, wo ich mir denke, jetzt wäre es schon cooler, wirklich eine feste Freundin zu haben oder eine Frau an meiner Seite, die mit mir durch die spaßigen Momente geht, aber auch durch die leidvollen Momente. Also so ein Partner in Crime, sagt man? Zurzeit musst du nur mit mir Vorlieb nehmen. Ja, ich meine, ich habe ja dich. Und ja, ich habe viele Themen erkannt auf dem Weg, den ich bisher gegangen bin in Sachen Partnerschaft. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich glaube trotzdem, dass man noch mehr über Partnerschaft lernt in Partnerschaft. Ja. Und ich meine, ich habe sehr viel über Freundschaft gelernt mit dir. Ich konnte viel über Partnerschaft lernen im Sinne von Elternpartnerschaft mit meiner Ex-Freundin. Ey, du, safe hätte ich die nie wieder getroffen, wenn wir nicht ein Kind gehabt hätten. also nie wieder getroffen im Sinne von nach den drei, vier Monaten nach der Verliebtheitsphase, wo wir dann in eine Beziehung übergegangen sind und wo es dann einfach nur noch gerappelt hat. Ja. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir den Weg gegangen sind und dass wir gezwungenermaßen aneinander gebunden waren, weil wir heute anders zusammenleben als vor fünf, sechs Jahren. Und das war auch eine riesen Entwicklungsmöglichkeit. Ja, schon krass lange. Du hast gerade fünf, sechs Jahre. Ja, gut. Ich meine, meine Tochter ist jetzt zwei. Aber es war für mich so, ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hast, zwei Jahre her. Und dann einer von diesen kam sofort deine Tochter und dachte, das kann gar nicht sein. Sonst wäre das eine Zeitreisenschwangerschaft gewesen. Und am Ende geht es immer darum, was will ich im Leben? Beziehung heißt mehr Tiefgang, heißt aber auch mehr Schwere. Das ist so meine Erfahrung. Das ist zumindest für das, was ich in Beziehung erlebt habe. So jetzt nicht unterschreiben. Schwere würde ich nicht mit Beziehung in Einklang bringen. Krass, nur dass ich das so in Verbindung bringe. Beziehung bedeutet Schwere. Also ganz im Gegenteil, es ist eher eine Leichtigkeit, die dadurch entsteht. Was? Ja, also sich jemanden zu haben, auf den man sich auch verlassen kann. Also ich meine, der Unterschied zwischen uns ist ja glaube ich schon, auch wenn du nach Hause kommst und nicht gerade mit irgendjemandem was zu tun hast in intimeren Phasen. Weiß nicht, was du meinst. Dann bist du ja alleine zu Hause. Also klar, deine Tochter ist da, aber du kannst dich eigentlich immer nur auf dich selber abstützen oder an der selber anlehnen. Und es ist schon ein schönes Gefühl zu wissen, okay, mir geht es nicht gut oder ich würde gern was ansprechen oder ich weiß, zu Hause wartet jemand auf mich, wo ich dem auch mein ganzes Leid klagen kann. Oder auch umgekehrt deine Freude. Meine Freude klagen. Ich möchte dir heute mal meine Freude klagen. Und das ist schon eine Form der Leichtigkeit auch zu wissen, da ist jemand, dem man zu 100% vertrauen kann und der zu 100% an seiner Seite steht. Also ich würde da nicht Schwere mit reinnehmen. Ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich Konflikte und Momente, wo man sich denkt, boah ey, muss das sein? Aber im Großen und Ganzen ist es Leichtigkeit. Ey, das ist krass, dass ich Beziehung mit Schwere verbinde. Und darüber kann ich auf jeden Fall nochmal nachdenken. Aber ich meine, wir sind acht Jahre den Weg gegangen, vielleicht haben wir noch acht Jahre. Und wir haben dazu auch mal gesprochen in der Folge. Ich habe gemerkt, Beziehung zu Frauen U25, also unter 25, sind leicht wie Eierschaum. Und danach ist es manchmal so, als ob die in den Ofen geschoben wurden und es kommt ein Baiser raus. Es ist einfach viel härter als vorher. Aber schmeckt doch trotzdem noch lecker. Schmeckt noch lecker, aber es ist was ganz anderes. Was haben wir da für einen Vergleich aufgemacht? Vor allem, auch damals hast du schon immer gerne in Bildern gesprochen. Das ist dir geblieben. Ey. Obwohl ich dieses Baiser und Eierschaumbild mit dem Ofen nicht so ganz verstehe. Das heißt, die Kruste wird dann hart, wenn sie aus dem Ofen rauskommt? Und Baiser ist ja wahnsinnig hart und dann wird die Beziehung härter und davor ist es halt so ganz fluffig. Aber du hast ja von 25-Jährigen, das heißt, 26-Jährige sind hart wie Baiser. Verstehe. Die waren das noch nicht so lange im Ofen. Ey, nee, keine Ahnung. Also, ich glaube, die Verbindlichkeit innerhalb einer Beziehung verändert sich, je älter die Partnerschaft wird. Würdest du das denn heute auch noch so sagen? Also ich meine, du bist jetzt ein bisschen älter geworden. Der Podcast geht acht Jahre. Also du bist mindestens acht Jahre älter, als damals, als wir es gesagt haben. Würdest du den Satz immer noch so formulieren oder würdest du vielleicht ihn verändern? Ich würde ihn verändern dahingehend, dass ich sage, dass wenn bei einer Frau Kinder anstehen und wenn sie wirklich Kinder haben möchte, dann kommt in eine Beziehung meistens was viel Verbindlicheres. Und genauso beim Mann. Wenn da überhaupt gar kein Gedanke dran ist und bei den meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, unter 25 war gar kein Gedanke an Kinder, ist es leicht in Sachen Verbindlichkeit, dass es nicht 100% verbindlich ist und dann musst du dich fragen, willst du eine nicht so verbindliche Beziehung führen? Ja. Also genau so würde ich den Satz nicht mehr formulieren. Ich würde ein bisschen entschärfen. Vielleicht nicht über Baiser und Eierschaum sprechen. Und oft ist ja auch die Frage, was denkst du wirklich, wirklich, ne? Sagst du Dinge, und wir stehen ja zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit, um zu gefallen, um nicht anzuecken, oder sagst du Dinge, weil du sie so wirklich denkst und weil sie so wirklich aus dir rauskommen? Und da muss man sich ja mal fragen, sagt jemand die Dinge so, weil er sie so erfahren hat, weil er mit einer bestimmten Brille auf die Welt guckt, weil er so sozialisiert worden ist? Und meine These dazu ist immer, jeder hätte alles werden können. Unsere Gene, mit denen wir geboren werden, definieren gar nicht so sehr, welchen Weg wir im Leben gehen. Vielmehr definiert, welchen Weg wir im Leben gehen, die Erfahrung, die wir machen mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, wo wir reingeboren werden, in welcher Gegend wir aufwachsen. Und es ist immer so überheblich zu sagen, der und der ist so und so und das ist ein wahnsinniges Arschloch oder das und das gefällt mir nicht, du bist so scheiße. Dann frage ich mich manchmal, wie wäre jemand anderes geworden, wenn er in einer ganz anderen Gegend groß geworden wäre? Mit ganz anderen Eltern, mit ganz anderen Geschwistern, mit ganz anderen Freunden. Es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen, die definieren, wer wir heute sind und was wir heute sind. Und das Thema gefallen, wenn du es runterbrichst, jemandem gefallen wollen, am Ende willst du immer der Frau gefallen oder die Frau dem Mann ein Stück weit und sich davon ganz zu lösen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Wir haben dazu auch mal was gemacht in der Folge. Wir hören mal rein, wie unsere Attitüde dazu damals war. Und wenn wir uns als Männer auf der Reise von dieser Existenzangst lösen können, Frauen nicht mehr gefallen wollen und diesen Sturm, der manchmal kommt, durch uns durchfließen lassen können, ich glaube, das ist der nächste evolutionärische Step. Das ist eigentlich das, worum es geht in der Beziehung. Das zu lernen. Habe ich, by the way, immer noch nicht ganz gelernt. Also ich kann mich immer noch nicht so ganz davon frei machen. Dass du Frauen gefallen willst? Ja. Wow. Und ich merke es immer. Wie äußert sich das? Beim Daten? Beim Daten ist mir das super wurscht. Also beim Daten ist es mir wirklich egal. Gerade da hätte ich gedacht, das ist dir richtig. Aber was heißt das? In welchem Kontext möchtest du Frauen gefallen? Naja, sobald eine Frau emotional näher an mich ranrückt, möchte ich immer mehr gefallen. Also das heißt nach dem Daten? In einer Beziehung zum Beispiel. Und das macht Beziehungen für mich manchmal auch schwer und anstrengend und... Also bei dir ist alles umgedreht. Also bei mir war es so, dass ich vorher gefallen wollte und dann, als die Beziehung anfing, war es eigentlich easy, weil dann wusste ich, okay, jetzt geht es ja nicht mehr um Gefallen, sondern es geht eigentlich um Beziehungsarbeit, also um miteinander, aneinander zu wachsen und sich auch abzureiben oder eben halt auch gegenseitig zu bestärken. Und bei dir ist es umgekehrt. Am Anfang ist es dir egal, ob du gefällst, obwohl ich es nicht ganz glaube. Und dann in der Beziehungsarbeit geht es ja echt darum, wenn eine Beziehung aufgebaut wird, immer mehr zu Gefallen und nicht unbedingt an der Beziehung zu arbeiten. Das nennt man beziehungssicher, was du bist. Was ich bin, ist eher beziehungsängstlich. Das heißt, erst ist es mir, wenn ich keine Bindung zu der Frau habe, nicht so wichtig, wie ich wirke. Aber sobald eine Bindung aufkommt, kommt in mir der Glaube auf, eigentlich bin ich es nicht wert, mit dir in Beziehung zu sein. Deswegen muss ich etwas leisten, damit ich es wert bin. Und das ist im Kern Beziehungsängstlichkeit. Fürs Daten ideal, für Beziehungen ziemlich unpraktisch. Darum auch Beziehungsängstlichkeit. Aber eigentlich die Haltung, die du vorher einnehmen kannst, mir doch egal, ob ich dir gefallen oder nicht, führt dir wahrscheinlich auch oft dazu, dass du gefällst. Dass es gut läuft, ja. Und das hilft natürlich nicht so meiner Beziehungsängstlichkeit. Nein. Und wenn du mich fragst, was letzten Endes zur Trennung von meiner Ex-Freundin geführt hat, die Mutter meiner Tochter. Mit der du auch die längste Beziehung hattest, oder? Nein. Mit dir habe ich die. Ja. Meine längste Beziehung war mit, glaube ich, 21, zweieinhalb oder drei Jahre. Schon ein bisschen her. Drei Jahre? Ja. Das ist eine Lüge. Doch. Nein. Wir können die jetzt anrufen. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal den Satz zwei Jahre gehört. Nein. Und auch da habe ich schon gesagt, hm, drei Jahre? Dein Ernst? Es waren zweieinhalb oder drei. Dann warst du 24, als du fertig warst. Fertig fast. Mit dir bin ich jetzt fertig. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon weichen her. Aber das, was zur Trennung von meiner Ex-Freundin geführt hat, war auch zum Teil, und das ist in uns beiden angelegt, in meiner Ex-Partnerin und mir, die Angst, dem anderen nicht zu gefallen. Und das klingt jetzt so ein bisschen vertraxt, weil wir haben uns ja irgendwann richtig krass verkracht und angezickt. Aber es war immer der Wunsch, ich möchte dir jetzt in der Situation gefallen und wenn das nicht geklappt hat, hat es zum Streit geführt. Und das hat letzten Endes zur Trennung geführt. Es ist aus. Also, wir haben uns getrennt und ja, es heißt jetzt Ex-Freundin und Ex-Freund. Die Frage ist jetzt, wer hat sich von wem getrennt? Ist das relevant? Also, wir haben uns beide voneinander getrennt. Ja, ich weiß noch, wie es mir so unangenehm war, dass ich das nicht hingekriegt habe mit der Beziehung. Besonders, weil wir ja ein Kind hatten schon zu dem Zeitpunkt und meine Vorstellung war immer, nicht so zu werden wie meine Eltern. Meine Eltern waren nur zehn Jahre zusammen und haben drei Kinder zusammen in die Welt gesetzt und ich dachte immer, wie kann man nur zehn Jahre zusammen sein und drei Kinder dann in die Welt setzen? Wie geht das? Also wirklich, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und ich habe das Gleiche gemacht, nur noch ein bisschen krasser. Ein bisschen Express. Alles im Express. Nur ein Kind natürlich, aber viel, viel schneller getrennt und eigentlich das Ganze, was meine Eltern gemacht haben und was ich so verurteilt habe, als Konzentrat produziert. Würdest du sagen, im Nachhinein, ihr habt euch an dem Tag wirklich getrennt? Weil ich erinnere mich an diese Folge gar nicht so wirklich zurück. Ich erinnere mich gar nicht zurück, dass es ein klares Datum gab, wo ihr euch getrennt habt und woran ich mich aber erinnere im Nachgang ist, dass es ein ständiges Hin und Her war. Ich erinnere mich nicht, dass es danach vorbei war, sondern dass es dann so richtig losging. Miteinander geschlafen danach. Okay, das ist für dich also der Moment gewesen, wo du gesagt hast, okay, wir sind da. Daran kannst du eine Trennung ja mal nicht verstehen. Aber ist ja, warum nicht? Also es ist schon ein wesentlicher Bestandteil einer Beziehung, Sex. Ich glaube, bei uns war die Trennung ein schleichender Prozess. Was ich heute weiß, ist, dass ich irgendwann es emotional nicht mehr ausgehalten habe, weil ich damals noch nicht die Größe hatte, da durchzugehen und das zu nehmen, was da auf mich zukam. Ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten, ihre Kritik, ihr Rummäkeln, ihre Laun und habe das einfach genau auf mich bezogen, immer alles und habe mich dann immer mehr zurückgezogen. Ich habe einfach aufgehört, mit ihr wirklich zu reden. Ja. Ich habe aufgehört. Du hast nicht nur aufgehört, mit ihr zu reden. Ich glaube, der Schlussstrich war auch, als du mir mal gesagt hast, wenn wir uns im Auto streiten und ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich mir einen Podcast an und setze mir Airpots und so an. Da dachte ich, okay, das ist vielleicht nicht die beste Basis, um Konflikte zu klären. Ja. Und ich habe einfach angefangen, sie zu ignorieren und jemanden zu ignorieren ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, als jemanden im Streit zu konfrontieren. Ignorieren ist das Schmerzhafteste, was wir erfahren können. Und das hat letzten Endes zu unserer Trennung geführt und das war meine Unbeholfenheit. Ich konnte nicht mit den Emotionen umgehen. Darum habe ich angefangen, sie zu ignorieren und das hat letzten Endes zu Trennung geführt. Aber klar, es gab einen großen Brei an Sachen. Ich glaube, A, sind wir einfach wahnsinnig unterschiedlich. Wir waren beide damals relativ schnell angefasst, so bei Dingen. So, was, wie meinst du das jetzt? Immer hast du Kritik oder immer machst du das und das. Diese Nummer. Es waren auch keine Basis da, Sachen Vertrauen. Wie tickt der andere wirklich? Ja, und nochmal, wir sind einfach wahnsinnig unterschiedlich und vielleicht waren wir nie füreinander gemacht. Vielleicht waren wir nur dafür gemacht, unsere Tochter zu zeugen, in die Welt zu setzen und dann auf Abstand in der Elternbeziehung zu leben. Heute tolerieren wir einander, heute respektieren wir einander. Ich glaube schon, dass wir das Beste für den anderen wollen. Nicht durch Gespräche, aber durch Erfahrungen und Situationen, die wir durchgemacht haben, haben wir uns in den letzten sechs Jahren ziemlich gut kennengelernt. Wir wissen immer noch, wo es wehtut beim anderen, aber wir drücken die Knöpfe seltener. Das ist wie Sex mit der Ex. Du weißt immer noch, wo es wehtut. Ja, aber was ganz wichtig ist und das ist immer noch eine Dankbarkeit, die mich begleitet und die wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben begleiten. Wir sind Eltern zusammen geworden. Dass das irgendwann mal so gut ausgeht für mich, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ihr seid jetzt auch gerade, glaube ich, sehr in Harmonie, wenn es darum geht, Eltern zu sein. Im Moment. Das Leben ist nur eine Momentaufnahme. Und auch gemeinsam, ja, ich meine, ihr wart ja zusammen sogar im Urlaub als getrenntes Paar mit eurer Tochter. Ja, und wir haben einmal zusammen in einem Ehebett übernachtet. Ich dachte, jetzt kommt der Satz geschlafen miteinander. Zweimal. Miteinander geschlafen? Nein, in einem Ehebett übernachtet. Warum nennst du es Ehebett? War es schon ein Ehebett drüber? Wir haben ja so ein großes Haus gemietet und das war das Master Bedroom, wo normalerweise die Hausherren gelebt hat mit ihrem Mann. Und wenn eure Tochter nicht zwischen euch geschlafen hätte, wäre dann was passiert? Nein. Safe nicht. Oh, mir wird gerade richtig übel, aber vielleicht denke ich an die ganzen, oh, Emotionen, die damals in mir waren. Ich bin ungeplant Vater geworden und ich glaube, es gab nichts, was emotional... Wird dir wirklich gerade schlecht? Mir wird wirklich gerade schlecht. Ich merke das, mir wird auch schlecht. Also dadurch, dass dir schlecht wird. Vielleicht ist es... Kannst du bitte damit aufhören? Vielleicht ist es der nächste O-Ton. Und dann siehst du auf einmal diesen kleinen Erdnuss-Flip, der sieht ja erst am Anfang aus wie so ein Erdnuss-Flip und wie das Herz dann so schlägt. Also man hört dann irgendwann das Herz auch, die Herztöne und ab dem Moment weißt du eigentlich, ja, du wirst Vater. Es geht los. Sorry, dass ich gerade lachen musste, aber dadurch, dass er ein O-Ton ist und der so plötzlich kommt, ich weiß, dass du oft auch von Erdnuss-Flips gesprochen hast, die man ins Schamhaar von Männern wirft, wenn die so einen... So einen Teppich haben. So einen kleinen Penis haben. Achso. Und jetzt kam dann deine Tochter und ich dachte, huch, ich bin kurz falsch abgebogen. Das sieht auch einfach manchmal so aus. Wenn du jemanden in der Sauna siehst, der so einen ganz kleinen Drops hat nur und so einen Riesenwald an Scham hat, dann sieht es einfach so aus, als ob man so eine kleine weiße Kidneybohne einfach da reingeworfen hätte und dann bleibt ihr da so hängen. Aber wir sind ja bei einer Tochter. Ja, und hey, das rauszufinden, dass ich Vater werde und das mit einer Frau, mit der ich ziemlich sicher nicht zusammenbleiben will. Das war eine harte Zeit, auch glaube ich für jeden, der um dich herum war. Ja. Ich weiß nur, dass wir im Schimmbad waren. Im Schwimmbad waren, in der, wie hieß die Therme? Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr und zurück waren wir im Wasser, weil ich glaube, du hast an dem Tag den Wasserspiegel um zwei Zentimeter angehoben, so viele Tränen da geflossen sind. Habe ich so viel geweint? Ja. Ich habe richtig viel geweint. Ich war einfach verzweifelt. Ich war, glaube ich, noch nie so am Boden. Ich wusste, dass sich mein Leben verändern wird. Ich wusste nicht, wie es sich verändern wird. Ich wusste nur, dass es nichts mehr so bleibt, wie es mal war. Und ich habe mein Leben bis zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gerne gemocht. Oh, und dann nicht mehr? Für den Moment? Ich konnte es ja nicht wissen. Nein, für den Moment habe ich mein Leben gehasst. Ach wirklich? So krass. Das hast du so nie formuliert. Weil ich mich nicht getraut habe. Ja, natürlich nicht. Also, was bist du auch für ein Typ, wenn du sagst so, ey, im Moment ist eigentlich alles ganz scheiße. Naja, das ist nochmal ein Unterschied zu sagen, hey, es läuft gerade alles richtig beschissen im Gegensatz zu, ich habe mein Leben gehasst oder ich hasse mein Leben gerade. Ich finde das nochmal ganz schön, da ist der nächste Step so. Mach hier mal einen Dropper? Ja, da hätte ich mich schon mehr Sorgen gemacht, wenn ich diesen Satz gehört habe. Leben gehasst, irgendwie habe ich immer trotzdem gedacht, ich muss das jetzt auch einfach durch. Es gibt ja, aber es ist so, es ist so, wenn du, wie als ob du aufwachst, ich weiß nicht, ob du den Moment kennst und in dem Moment realisierst, irgendwann stirbst du. Kennst du den Moment, wenn du immer wieder so im Alltag realisierst, irgendwann stirbst du? Nee, kenne ich nicht. Ich habe das immer mal wieder. Echt, ja? Ich denke so, Alter, irgendwann stirbst du, wie schrecklich. Also für mich schrecklich, vielleicht nicht für andere schrecklich, aber für mich schrecklich. Und so ist das, wenn du ungeplant Vater wirst, dass du denkst, fuck, das ist eine Sache, die kannst du nicht mehr ändern. Ja, klar. Klar, sie könnte jetzt die Treppe runter stolpern und so, dann wäre dein Leben wieder normal, aber sie, ja. Aber ich meine, das habe ich mir für niemanden gewünscht, aber am Ende ist es jetzt so, dein Schicksal ist ausgerollt. Ja. Und so war es. Und besonders krass war es für mich, weil es immer in meiner Vorstellung mit jemandem war, mit dem ich das plane, wir haben glücklich irgendwie eine Partnerschaft davor für ein paar Jahre und irgendwann entscheiden wir uns dann so, wie es bei dir war, lass uns Kinder kriegen. Stimmt, du warst ja jemand, der eigentlich alles immer, zumindest immer geplant hat, eine Vision hatte und eine konkrete Ausrichtung dessen und das war natürlich in dem Moment, du warst der Assi-Vater in dem Moment. Ja, ich habe auch noch immer den Spruch so, ey, wie kann man ungeplant Vater werden? Guck mal bei dir selbst, du weißt genau, wie das geht. Ah ja, stimmt, danke fürs Erinnern. Weil ich habe jetzt so, wo meine Tochter schon länger auf der Welt ist und wenn ich das so von Bekannten höre so. Wie kann man nur? Also, wie geht das, ungeplant Vater zu werden? Ich meine, es ist doch nicht so schwer, ein Kondom zu benutzen oder irgendwie Verhütungsmittel, aber es geht. Und der nächste O-Ton passt eigentlich auch ganz gut zu meiner Attitüde von damals, die irgendwie heute, je länger meine Tochter bei mir ist, immer mal wieder aufkommt in mir. Und da dachte ich mir, wie kann man Kinder in die Welt setzen, wenn man eh nicht vorhat, sein ganzes Leben zusammen zu sein. Und mit dem Gleichen. Und mit diesem Bild bin ich an Beziehung gegangen. Für mich hat immer gegolten, du musst dein ganzes Leben lang zusammen sein, wenn du Kinder kriegst. Und ich glaube, das war auch diese Angst, als ich gehört habe, Vater zu werden. Ich muss mein ganzes Leben lang diese Beziehung führen. Danke für die Erinnerung. Aber du führst die Beziehung ja noch. Also, ich kenne wenige Menschen, die in Trennung sind und ein paar kenne ich, die noch so eng mit ihrer Ex-Partnerin sowohl in gleichem Haus leben als auch Urlaube planen oder generell sich auch so absprechen. Also, klar, ihr führt keine Beziehung mehr. Elternbeziehung führen wir. Ja, aber eine sehr, sehr, eng ist das falsche Wort, tight, verantwortungsbewusst und auch harmonisch mittlerweile, glaube ich schon fast. Zumindest von dem, was du mittlerweile erzählst. Wir sind einfach so zwei Warlords, die müde sind, auf dem Schlachtfeld zu leben mit ihrem ganzen Herr und sagen so, ey, lass uns einfach um 15 Uhr treffen und einen Kaffee trinken. Weil, was du da gesagt hast, war ja, für dich ist eigentlich als Eltern und wenn man ein Kind kriegt, der Wunsch und so ist es eigentlich auch richtig, so formulierst du es zumindest, dass man ewig zusammen bleibt, dass man dann mit seiner Tochter oder seinem Sohn als Familie zusammen das Leben ausschmückt und führt und im Prinzip machst du das ja jetzt, obwohl ihr nicht mehr zusammen seid. Also, den Wunsch, den du damals hattest, indirekt, findet der doch schon statt in deinem Leben. Stimmt, wenn du es so sagst. Ja, man bleibt sowieso ewig zusammen. Ich habe eine gute Freundin, die hat ein Kind gekriegt von jemandem, mit dem sie keine Zeit verbringen will eigentlich. Ja. Kann man auch hören, im Beste-Vader-Freunden, die folgen. Und auch die bleiben ewig zusammen, ob sie wollen oder nicht, auf einer bestimmten Ebene. Und du hast trotz alledem, trotz Trennung und allem, dein Leben so konstruiert, dass ihr auch wirklich, ja, als Paar nicht zusammen seid, aber trotzdem als Eltern. Und heute ist für mich alles so selbstverständlich, auch eine Tochter zu haben und das Vatersein zu leben und so. und als das noch nicht in der Welt war, gab es auch andere Gedanken dazu und wir hören mal in die Folge von damals rein. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit gab, wo du darüber nachgedacht hast, deine Tochter nicht zu bekommen? Ja, leider schon. Also beziehungsweise ich habe es nie ganz verdrängt, weil es ist immer noch so eine kleine Schuld in mir, du hast mal darüber nachgedacht, das überhaupt nicht zu machen, nicht durchzuziehen. Krass, ne? Und das ist schon viel schwächer als damals, aber manchmal glüht es noch auf, dass ich wirklich mal darüber nachgedacht habe, wie wäre es, wenn wir das nicht zusammen machen, wenn wir es nicht durchziehen und da ist irgendwie ganz lange so eine Schuld bei mir gewesen und mittlerweile kann ich mir das auch verzeihen, dass ich darüber nachgedacht habe. Denkst du immer noch darüber nach, wie es wäre ohne deine Tochter? Nee, einfach, dass ich mal darüber nachgedacht habe, das nicht durchzuziehen, also sie nicht zu bekommen. Ja. Ich habe es nie wirklich ausgesprochen, aber in mir war der Gedanke. Klar ist es so selbstverständlich, aber wenn ich sie heute sehe, wenn sie schläft zum Beispiel und mir denke so, Alter, du hast mal darüber nachgedacht, dass sie das nicht zusammen durchzieht als Eltern. Aber ich glaube, es gibt auch selbst und ich meine, ich erlebe das ja auch heute noch, immer mal den Gedanken, wie wäre mein Leben ohne meine Kinder? Also nicht, dass ich mir das nicht wünschen würde, dass es so ist, aber es gibt schon mal Situationen, wo ich denke, boah, das ist der Alltag und es ist so stressig und man ist auch so vollkommen eingenommen in dem Familienleben, wie wäre das eigentlich, wenn ich mal kurz auf Pause drücken könnte oder auf Stopp, je nachdem und dieses ganz anderes Leben führen würde. Wie mein Leben meinst du, weil ich lebe ja genau das Leben. Nein, du lebst dein Leben mit Kind, dein Kind ist ja integriert in dein Leben. Ich meine wirklich komplett den Cut ohne Kind oder ohne Kinder. Weil eigentlich lebe ich heute für mich ein ganz geiles Modell. Du lebst zwei Leben eigentlich. Ja, ich lebe schizophren. Ja. Einmal als Single-Mann. Ja, Single-Mann, genau. In Berlin und einmal als Familienvater mit allem drum und dran in Berlin. Ja, du kannst dir immer, du kannst dir pro Woche immer beide Teile rauspicken. Ja, und das Leben wird ja erst richtig geil, wenn wir viele Kontraste haben. So sagt man. So sagt man. Ja. Kommen wir mal zu dir, Max. Wir waren lange genug bei mir. Ja. Dein Leben hat sich auch verändert und vor allem auch das Leben mit deiner Frau und den Blick auf deine Frau. Ich habe dir damals eine Frage gestellt zu deiner Frau. Mal gucken, wie du die heute beantworten würdest. Wir hören mal in die Folge rein. Würdest du deine Freundin als eine Furie bezeichnen? Nein. Nie. Ich aber für dich. Doch, klar. Natürlich. Es gibt immer Situationen, wo ich sie als Furie bezeichnen würde, aber generell nicht. Eher als Zicke. Ja, und würdest du es immer noch so unterschreiben? Nein. Wirklich nicht? Also, was sie ausmacht in solchen Streitsituationen ist eher dieses echt zickiges Haar, ist nicht das richtige Wort. Es ist eher, dass sie einen krassen Dickkopf hat. Das erlebe ich auch bei meinen Kindern, die das auch von ihr haben. Natürlich. Hast du gar nicht? Nicht so, nein. Also, ich bin schon immer daran interessiert in Streitsituationen, dass wir, das ist ja vielleicht auch nicht förderlich, dass man dann das versucht zu klären und die bordern auch ewig nach. Und sie ist dann so, nö, jetzt nicht. Was mich auch tierisch nervt. Aber Furie definitiv nicht. Aber es ist so dieses, der Unterschied tut sich schon in dem auf, dass ich immer nachbohre und nachfrage, hey, lass uns das jetzt klären und da ewig dranbleibe und sie sagt, eigentlich möchte ich jetzt darüber gar nicht sprechen, ich brauche meine Zeit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ach, danke. Ja. Schön, dass du das so siehst. Mittlerweile kann ich so sehen. Und dieser Satz von damals, der kommt, glaube ich, genau aus diesen Streits, die wir hatten, dass ich das so wahrgenommen habe, dass sie in dem Moment sich einfach zurückzieht und sagt, nö, lass mich in Ruhe. Und das habe ich als zickig beschrieben. Und weißt du, was nicht völlig in Ordnung ist, was du gerade so, ja, das ist völlig in Ordnung, das war das hier damals. Bin gespannt. Weißt du, was ich dir nicht so richtig verziehen habe? Nein, was denn? Das. Was hast du denn da für eine Ringe um? Wir haben geheiratet. Ganz still und heimlich. Wirklich? Ja. Sagst du mir jetzt so? Ja, das wusste vorher keiner, außer jetzt, du bist der Erste, der es erfährt. Alter Schwede, da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass du einfach so klammheimlich geheiratet hast, ohne mir das vorher zu sagen. Ja, du bist der Erste, der es erfährt, weil ich fucking gefragt habe. Ja, weil ich einen Ring anhatte, ich hatte ja ein klares Symbol in der Hand. Ja, darum hast du es mir gesagt. Aber ich dachte, wie, wie abfuck einfach, dass du mir verheimlichst, dass du heiratest, geht's noch? Und das fand ich noch nicht mal so auf der freundschaftlichen Ebene, da fand ich es mega krass abfuck. Aber vor allem dachte ich mir, was denkst du dir, du Pisser? Wir haben ein Geschäft zusammen, wir haben ein Business zusammen und du heiratest einfach, ohne mir das zu sagen. Das kannst du nicht bringen. Wobei da sich gar nicht wirklich was verändert. Doch, wir mussten danach zum Notar gehen und das anpassen, falls du dich erinnerst, dass wir die Geschäftsverträge angepasst haben. Haben wir. Da warst du sehr hinterher. Das war sehr wichtig. Ja, weil entweder mache ich mit dir Business oder mit deiner Frau. Ich meine, jetzt mittlerweile kenne ich sie länger und ich könnte sie mir auch als Businesspartnerin vorstellen. Darüber müsste man noch mal reden. Vielleicht wäre sie sogar die bessere Businesspartnerin als ich. Sie würde es auf jeden Fall hart durchziehen. Achso, da kann ich gleich mal ein Feedback, sie arbeitet ja bei uns in einer Buchhaltung mittlerweile. Falls du das hörst, antworte doch immer, wenn ich dir schreibe, gerne direkt sagen, ja, erledige ich und erledige es nicht ohne Antworten. Das hat sie wahrscheinlich von mir, das mache ich auch gerne. Weil sie erledigte mal alles und machte mal alles, aber sie sagt nicht, hey, habe ich gelesen, check, kümmere ich mich drum. Ich kann ihr ja Feedback hier über den Weg geben. Ja, kannst du über den Weg geben. Ich meine, ihre Schwiegermutter oder deine Schwiegermutter, ihre Mutter hört es ja und kann es dann weiterleiten. Das ist wirklich einen sehr effektiven Kommunikationsweg, den du da gewählt hast. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich habe mir da vorher auch gar nicht so Gedanken gemacht, dass es dich so stören könnte, dieser geschäftliche Part, okay, den würde ich auch... Hast du nicht bedacht? Den habe ich einfach nicht bedacht, weil ich mir da nicht so... Weil eigentlich dachte ich ja, wir sind so gut befreundet, dass es kein Problem sein könnte. Aber warum ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht habe, weil ich wusste, dass für dich heiraten einfach gar keine Rolle spielt. Also bei dir in deinem Leben. Ach, bitte? Heißt das mittlerweile, du kannst dir vorstellen zu heiraten? Ich könnte mir das auch vorstellen. Ah, du hast bestimmt bei irgendwelchen Instagramerinnen gesehen, wie schön am Strand die dort irgendwie durch so einen Zoom kommen. Das ist einfach gut inszenierbar, deswegen. Das ist eine Riesen-Story. Natürlich. Da war das eine Riesen-Story. Nein. Natürlich. Jetzt würde ich sagen, wahrscheinlich würdest du es wann deswegen so machen. Und wie würde es ablaufen? Am Strand mit so einem Blumentor? Ja, ja, genau. So amerikanisch. Und dann wünsche ich mir, dass so eine Riesenwelle kommt und alles wegspült. Nein. Also, ich bin immer noch gegen heiraten. Für mich persönlich. Ich kann aber alle verstehen, die heiraten so Leute wie dich zum Beispiel. Ja. Ich denke mir, ich glaube nicht in der Form an eine kirchliche Institution. Die haben auch nicht kirchlich geheiratet. Ja, nur der Part. Da muss ich auf jeden Fall nicht in der Kirche heiraten, weil wenn es sowas wie Gott gibt, was ich nicht genau weiß und was eigentlich keiner weiß, dann wird er ziemlich sicher nicht sagen, kommt hier in das Haus, was irgendwelche Leute gebaut haben und dann seid ihr wirklich anders vereint. Das ist fucking Menschenmanipulation. Natürlich. Das Zweite, ich glaube auch nicht, dass der Staat sagen kann, also er kann sagen, wir sind fester zusammen, weil es sich ja steuerlich manifestiert, aber ich glaube auch nicht, dass der Staat irgendwas über meine Beziehung zu sagen hat oder sagen kann und mir nicht sagen kann, ey, ihr seid jetzt fester zusammen, weil ihr geheiratet habt und deswegen denke ich mir so. Das ist ja eigentlich nur ein symbolischer Akt. Genau. Und den kann ich ja auch als symbolischen Akt belassen. Du brauchst es weder vom Stadt noch vor der Küche machen. Du kannst es auch alleine am Strand machen. Ich würde ein Liebesfest machen. Oh, ein Liebesfest. Ein Liebesfest. Hey, wir sind zusammen mit das so schön Beziehungsliebesfest und mit allen Menschen, die ich liebe. Und gibt es dann auch einen Ring oder gibt es was anderes? Es gibt einen Cockring. Du heiratest also einen Mann. Ich kann mir den ja selber umziehen. Ja, und was kriegt die Frau? Ein Team-Piercing. Ah ja, okay. An die Vulvalippen. Nein, keine Ahnung. Es muss auch gar keinen Ring geben. Nein, es kann ja auch einfach im Gedanken dieses Fest jährlich wiederkehren. Das finde ich viel schöner, dass man sich dann Jahr für Jahr sagt, hey, wir feiern unsere Liebe. Auch wenn sie nicht mehr da ist, wir feiern sie trotzdem. Wenn diese Worte, du sagst, wirklich auch ernst gemeint werden. Doch. Ich lasse mich gern von dir überzeugen, dass du irgendwann ein Liebesfest feierst mit deiner zukünftigen Partnerin. Kommen wir mal zu einem wichtigeren Thema deiner Standhaftigkeit. So, jetzt haben wir Sex nicht mehr auf das Sexwillen, sondern es geht nur darum, sich weiter zu buddeln. Da hatte ich auch wirklich standhafte Schwierigkeiten, damit umzugehen. Das war echt heftig. Da stand die Gurke nicht mehr so? Nee, die stand nicht mehr. Ja klar, da war richtig Druck drin. Da war richtig. Aber vom Kopf. Da war richtig, also unglaublich. Und da war ich auch echt erschrocken, weil normalerweise hatte ich noch nie großartige Standschwierigkeiten in der Hinsicht. Selbst im Suff nicht? Nee, selbst im Suff. Nee, gerade im Suff überhaupt gar nicht. Weißt du, was ich viel schlimmer finde an diesem Ausschnitt? Nein. Nicht, dass dir die Gurke abgeschmiert ist. Sondern? Dass es so ein großes Thema war, dass dir die Gurke abgeschmiert ist. Dass du dich so sehr damit identifiziert hast, Mann zu sein, dass das dazugehört. Moment mal, die Frage kam von dir. Dass du standhaft sein musst, um wirklich ein stärker Mann zu sein. Was für ein Stereotyp, bitte, in dem du da lebst. Ganz, ganz hässlich. Habe ich doch so gar nicht formuliert. Doch. Das stellst du mir gerade. Ja, doch, doch, doch. Es ging eher darum, dass ich, und ich glaube, das habe ich auch formuliert, was ich so erschreckend fand, dass Sex ja eigentlich im Ursprung dazu da ist, sich vorzupflanzen. Und in dem Moment, wo es genau darum ging, sich vorzupflanzen, und das hat ja nicht funktioniert mit meiner Frau, weil sie musste so eine Pille nehmen, so einen Kickstarter, und wir mussten zu einem ganz bestimmten Zeitfenster. Wie du auch immer wieder darauf Wert legst, dass es an ihr lag und nie an ihr. Nee, 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 darum ging es gar nicht. Also, sie musste da ganz schön viel einnehmen, damit mein sehr, sehr fruchtbarer Sperma überhaupt bei ihr Nährboden findet, um das, was ich an Potenz mitbringe. Nee, du interpretierst das so. Es war ganz anders. Ich meinte nur, dass in dem Moment, wo ich dieser Situation ausgesetzt war, es gibt diese halbe Stunde, um ein Kind zu zeugen, und in dem Moment musst du funktionieren. Boah, wie unangenehm. Und genau das aber, worauf ich hinaus wollte, eigentlich geht es um Sex, wenn man mal ganz ehrlich ist, im Kern darum, sich vorzupflanzen. Und dann, wenn es darum geht, hey, ich will ein Kind, ich will mich fortpflanzen, funktioniert das nicht. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, warum passiert das genau dann? Natürlich. Der mentale Druck, das ist so ein bisschen so, als ob... Na, es ist am Ende, war es mentaler Druck, weil natürlich ganz viel Kopfkino ablief. Wie wird das sein? Was wird in Zukunft passieren? Ich werde, mein Leben wird sich komplett verändern. Wie bei dir ähnlich, wo du plötzlich schwanger geworden bist, war es ja bei mir genau andersrum. Ich wollte, gezwungen, kann man ja schon was sagen, Du warst genau das andere Ende der Skala. Krass, ne? Generationspartner, wir haben ja ganz viele Cross-Folgen mit verschiedensten Podcastern gemacht, richtig die Leviten gelesen. Bestimmt auch besser als Sex. Mit Inus und Leila haben wir damals ein paar Folgen gemacht und ich fand es immer lustig mit denen. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Ihr hört die zweite Hälfte von dem unglaublichen Podcast mit den Mädels, mit denen wir eigentlich nie was machen wollten. Hallo. Ja, ich hab mich vor allem immer krass gesträubt. Ja, zu Recht, weil sie auch richtig schmutzig sind einfach, ne? Aber einmal Finger im Arsch und schon war die Sache geritzt. Huch, wer ist das? Das sind Inus und Leila und wir reden ja heute über wie man richtig fickt. Wir hatten das Wort Ficken benutzt und das benutzen wir normalerweise ja nie im Podcast. Uhu. Wir sind eigentlich ein sehr aufgeräumter, ordentlicher Podcast, der auch in Schulen vorgespielt wird. Oh Gott, ey, das Wort haben wir wirklich nie benutzt und ich hab's auch immer noch nicht etabliert. Nein, ich benutze das einfach nicht. Was benutzt du in deiner Blumenstrache? Sex. Ist das okay für dich? Sex, was sagst du denn? Oder Bimsen halt, ne? Bimsen, ja. Ist so schön unverfänglich. Schlafen. Ja, ich wollte das nicht besser. Miteinander schlafen? Ja. Schläft man denn? Ist man dann irgendwie in Ruhe zu stehen? Vielleicht auch das. Das Schöne ist an dem Wort, wollen wir miteinander schlafen? Das lässt viel Interpretationsspielraum. Ich hab mich wirklich damals gesträubt, so ein bisschen, weil ich das, ja, ich weiß nicht, die waren nochmal eine Nummer heftiger als wir. Also bei denen ging's ja wirklich nur um Sex. Also in den damaligen Folgen. Und bei uns ging's auch viel um Sex, aber eben nicht nur. Es war auch immer ein bisschen ein größerer Blumenstrauß, wie du gehst. Ja, die Frage ist, ne, und das ist auch die Frage für die Entwicklung, ne, also manche haben uns als Sex-Podcast bezeichnet, aber ich würde eher sagen, dass wir ein Lebens- und Beziehungspodcast sind. Ja. Weil Sex ist nur ein Teil des Lebens und ist ein klar wichtiger Teil und es ist auch cool, dass man's hat und auch schön und auch, ja, ich glaube, sehr, sehr erfüllend, wenn's guter Sex ist und umso beschissener, wenn man Kack-Sex hat und eine Reise hin zu gutem Sex, aber es ist eben nur ein Teil. Du hast halt nicht irgendwie 24-7 Sex, sondern du hast vielleicht eine halbe Stunde am Tag Sex, wenn's hochkommt oder eine halbe Stunde jede drei Tage oder insgesamt eine Stunde in der Woche. Ja. Und es ist nur so ein kleiner Teil und trotzdem dreht sich so viel darum. und darum merke ich, es ist nicht die einzige Priorität in dem, was wir machen. Also meine Priorität ganz persönlich ist Lebenszufriedenheit und das erfahre ich in dem Moment, wo ich über mein Leben reflektiere, gucke, was war emotional sehr ergreifend im positiven, im angenehmen Sinne und was war sehr, sehr ergreifend im unangenehmen Sinne. Und wenn ich darüber reflektiere und das machen wir hier in dem Podcast, dann kann ich eine Kompassnadel für mein Leben besser finden und definieren. Und Gefühle, und darum geht's ja ganz, ganz oft hier bei Beste Freundin, als das nehmen, was sie sind. Eben diese Kompassnadel im Leben, die uns durchleiten. Und ich glaube, alle Menschen, die den Podcast hören, wissen auch, es geht halt nicht nur um Sex. Bei uns zumindest. Vielleicht geht's bei denen persönlich nicht nur um Sex. Und ich glaube nicht, dass wir gehört werden des Sexeswillens. Also wir wurden ja, waren vielleicht auch lange mit dem Thema sehr viel unterwegs und irgendwann hat sich das ja schon nochmal sehr stark geändert. Ich glaube, mittlerweile hält sich sogar, nee, die Waage sogar nicht mehr. Ich glaube, es geht vor allem um Beziehungen. Es geht natürlich auch um Sex, aber in der Zeit, Sex für das Alter, Beziehungen. Genau, in der Zeit, wo wir besser als Sex die Folge gemacht haben, war das schon noch mehr. Aber ich habe auch da schon gemerkt, so richtig, dieses nur noch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich meine, die Folgen waren cool und waren super, aber schon während der Aufnahme habe ich gedacht, eigentlich sind wir das so gar nicht mehr. Ja, und ich meine, für Ines und Leila geht es ja auch nicht mehr da so rund um. Also wenn man sich die Entwicklung von den beiden anguckt, die haben sich ja auch in eine ganz andere Richtung entwickelt und machen heute was ganz anderes. Ines macht Comedy und Leila macht weiterhin Podcasts und auch noch andere Sachen und für die ist es ja auch eine andere Reise geworden. Aber es war für uns alle ein geiler Kick auf, ein geiler Startpunkt und ich bin froh, dass wir uns alle irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt getroffen haben und dass wir heute auf diese Reise zurückgeblickt haben. Acht Jahre, beste Freundinnen. Es war ein krasser Ride. Also es waren sehr, sehr erlebnisreiche acht Jahre und ich bin gespannt auf die nächsten. Acht Jahre. Ja. Let's see, was kommt und hoffentlich mit euch. Also danke für eure Begleitung, ob es jetzt ein Tag ist, ob es eine Woche ist, einen Monat, drei Monate. Manche begleiten uns auch schon mehrere Jahre und manche auch schon acht Jahre und das finde ich so krass, wie wir in diesen acht Jahren zusammengewachsen sind als Freunde und als Family mit allen, die den Podcast hören. Und das ist das, was mich trägt. Es ist nicht der Sex, aber es ist auch manchmal der Sex. Es ist die Beziehung zu allen. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet. Auf die Ohren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020